Gears of War 1 Hallo, ich bin Markus Phoenix Sie kennen mich bestimmt noch aus Titeln wie Gears of War 1 Gears of War 2 Und den sehr cleveren Titeln Gears of War 3 Nun, falls es noch immer niemand gerafft hat Ich bin ein Mann Seht ihr diese Muskeln? Die sind groß Denn das haben nur Männer Was würden die Leute sagen, wenn ich nicht muskulös wäre? Sie würden denken, ich wäre kein Mann, was Bullshit ist Manche Leute kommen zu mir und sagen Markus, du musst nicht so übertrieben aufgepumpt sein, um ein guter Charakter zu sein Es würde das Spiel vielleicht sogar besser machen Wenn man von diesem Schwarzenegger-Trip runterkäme Und sich mehr auf Blut und Charaktere konzentrieren würde Zu diesen Leuten sage ich Einen Scheiß Ich gebe denen einfach eine Klatsche mit meinem Schwanz Jaaaaah Guckt euch diese Waffe an Die hat ne Kettensäge drauf Eine Kettensäge Hat deine Waffe eine verfickte Kettensäge drauf? Nein zum Teufel, weil du nicht so männlich bist wie ich Ich bin ein Mann Guckt ihr mal meine Karre da hinten an Diese Reifen da dran sind scheiße groß Jaaaaah Und der Motor ist auch laut Das muss so sein Denn für mich ergeben Große Reifen Plus lauter Motor Gleich Penis Hast du jetzt einen Ständer? Ich schon Mein Schwanz ist immer hart Ich bin ein Mann Ich bin nicht unsicher Männer werden nicht unsicher Verstanden? Ich bin ein Mann Ein Mann Ein Mann Hey du Sei ein Mann mit dicken Muskeln Und abonniere diesen Kanal Ansonsten gebe ich dir eine Mit meinem langen Dicken Schwanz